Ach ja, noch eins vorweg, in 4K und ohne Werbung. Wie geil ist denn dieser Kanal, ist unfassbar, unfassbar. Ich will euch die Bee-Box zeigen, oder die Bee-Box. Hey, wa? Was? Bee-Box? Cool! Hey! Was denn? Nicht Bee-Box! Bee-Box! Ach so. Du kennst Bee-Box nicht? Nee, kenn ich nicht. Das kann ich dir sagen. Soll ich es dir erklären? Nee, lass mir gut sein. Nee. Ich tue es trotzdem. Ach, jetzt geht das wieder los. Was macht ihr hier bei mir im Technikraum? Ja, groß ist ja nicht, dafür ist ja ziemlich klein. Aber wenn ihr schon mal da seid, kann ich euch gleich mal was zeigen. Peace! Hallo! Herzlich willkommen bei mir auf dem Kunol. Nee, wieso sagst du immer Kunol? Das heißt doch Kanal. Nein, das heißt ja auch... Schnitt! Nein, lassen wir drinnen raus. Was war das gerade vorhin? Das war der Bee-Boxer. Er sieht zwar fantastisch gut aus, aber Bee-Boxen kann er eigentlich wirklich nicht. Ich will euch die Bee-Box zeigen. Oder die Bee-Box. Ist ja hier in Deutschland. Bee-Box, was ist das? Bee-Box ist ein Haus-Aku von der Firma BYD. B-Y-D, das ist eine chinesische Firma, was auch sonst. Bee-Box kannte ich eigentlich bisher nur vom Autobau her. Und ich weiß, dass die vor, ich glaube so vor 15 Jahren oder so, oder vielleicht sogar so vor 20 Jahren, als damals der X5 von BMW rausgekommen ist, haben die eigentlich die Autos rigoros nachgebaut. Wirklich Copy & Paste gemacht und in China rausgebracht. Die C-Klasse Mercedes, glaube ich, war auch dabei. Haben eigentlich fast identisch ausgeschaut, waren aber Klone ohne Ende. Die haben sich jetzt mittlerweile entwickelt, machen jetzt auch Elektroautos und entwickeln sich langsam aber sicher zu einer Konkurrenz. Hätte man nicht gedacht. Früher hat man, ich weiß noch in den 70er Jahren, hat die deutsche Automobilindustrie auf die Japaner geschimpft und ausgelacht. Und also, was wollt ihr mit den Paperteckel-Autos? Die werden niemals an uns rankommen. Zehn Jahre später haben sie staatliche Hilfe angefordert, weil die Japaner den Markt überschwemmt haben. Ich glaube, das wird mit den Chinesen auch so passieren. Heute lacht nur jeder drüber. Aber ich glaube, das Lachen wird ja nicht vergehen. Gerade im E-Bike-Bereich, da wo ich ja auch immer tätig bin, da kommen sehr viele chinesische Hersteller und zeigen denen mal, wo der Hammer hängt. Der E-Hammer. Quasi. Den gibt es im Metrifikt auch. Den E-Hammer habe ich auch schon gesehen. So. Die sogenannte B-Box von BYD. Das ist eine HVM 11, habe ich mir zugelegt für das Haus. Warum habe ich das getan? Naja, ich habe ja, wie ihr schon gesehen habt am Anfang, mein Auto immer an meiner Wallbox dran. Und der zieht natürlich den Strom in das Auto rein. Wenn das Wetter schön ist und die Sonne scheint, dann übernehme ich den Ertrag von meiner Photovoltaikanlage direkt ins Auto. Und kann damit das Autoladen schade. In Deutschland ist es nicht erlaubt. Diese sogenannte bidirektionale Laden. Was wieder bedeuten würde, dass das Auto tagsüber vom Solarstrom ladet. Und abends den Strom wieder ins Haus geben könnte. Geht es technisch? Ja, geht es. Müssen wir aber kleine Veränderungen machen. Meiner hat ja Schademo. Schademo kann es von Haus aus schon. CCS kann es noch nicht. Technisch würde es gehen. Man müsste halt einige Veränderungen machen. Ich gehe mal davon aus, mehr Software als Hardware. Aber es darf eben noch nicht. Warum darf es nicht? Naja, ein Schölm, der Böses denkt, würde jetzt der Horst sagen. Aber man kann schon schölmisch denken. Im Endeffekt ist die Industrie daran beteiligt und sagt, hey, was auf. Warum soll der Fokker seinen Strom schon kostenlos reinladen und am Abend nochmal kostenlos rausziehen? Da verdiene ich ja kein Geld. Das wollen wir nicht. Ja, also dementsprechend ist es halt in Deutschland noch nicht erlaubt. Interessant ist, dass die Zukunft eigentlich schon dahin geht und dass die Zukunft sagt, naja, wir könnten die E-Autos als fahrbare Akkus benutzen. Was anders sind sie ja gar nicht. Da kommt jetzt dann nochmal ein Video von mir. Und man könnte das zur Netzstabilisierung nehmen. Man könnte das abends ans Haus anstecken. Da kann man rausziehen und könnte man die öffentlichen Netze, Stromnetze nicht so belasten. Wäre natürlich irgendwo sinnvoll. Aber durch das, dass es noch nicht gibt, schade, weil wir haben zwei E-Autos insgesamt mit 94 Kilowattstunden Batterien. Und da könnte man das Haus schon gut versorgen. Ja, ich wollte nicht so lange warten, bis das endlich mal kommt, sondern ich wollte meine Photovoltaikanlage für mich mehr nutzen. Also meine Autarkität, heißt das Autarkität? Also quasi, dass man autark ist, noch autarker als vorher steigern. Und deswegen habe ich mir einen Akku zugelegt. Ich zeige euch den jetzt mal. Das ist eine, wie gesagt, eine HVM von BYD mit einem Fronius Wechselrichter, den ich zusätzlich noch gebraucht habe. Das sind vier Zellen. Man sieht hier eins, zwei, drei, vier. Mit je 2,76 Kilowattstunden. Insgesamt sind es 11,06 dann. Wobei er bei 5% Endladung, also wenn er bloß nur 5% hat, dann quasi ausschaltet. Das ist dann so eine Art Puffer, 5% und das sind dann rund die 550 Wattstunden, die dann noch drin sind als Rest. Aber dann gibt der Akku keine Energie mehr frei. Ja, das ist halt einfach Management, dass der nicht tiefen entlagen wird und das ist okay. Also im Endeffekt habe ich, ich sage mal ganz grob, 10 Kilowattstunden übrig. Wenn der voll ist, der mir dann wieder zugute kommt, wenn ich abends dann im Haus die Waschmaschine einschalte, den Herd, die Kaffeemaschine, alles mögliche Strom, fressende Sachen wie Fernseh, Computer und so weiter. und kann dann mein Strombedarf aus meiner eigenen Erzeugung wieder decken. Ich habe lange überlegt, ob ich es mache, denn ich habe mir zwei Berechnungen machen lassen. Von einem Energieberater und von einem, der Akkus verkauft. nicht von dem, wo ich es dann im Endeffekt gekauft habe. Und aus diesen zwei Berechnungen sind zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse gekommen. Das eine Ergebnis war, ja, das rendiert sich nach acht Jahren. Das andere Ergebnis war, das rendiert sich nicht einmal in zehn Jahren. So, das heißt, ich weiß noch gar nicht, ob sich das rein finanziell rendiert. Das Ding hat 9000 Euro gekostet. Das ist zufälligerweise genau die Förderung für ein E-Auto. Wenn man bidirektionales Laden machen könnte, könnte man das sich sparen, diese 9000 Euro für ein Hausakku. Und dann könnte man sich auch im Endeffekt die Förderung sparen für ein E-Auto. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Was braucht man im Endeffekt? Wir brauchen unseren Stromverbrauch, unseren Kilowattstundenpreis, wenn wir vom Netz reinziehen, also den normalen Kilowattstundenpreis, Kilowattstundenpreis ist bei mir 26 Cent. Knappe 26,8 irgendwie, oder 25,9, also ich sage mal 26 Cent. Bekommen durch knapp 11 Cent, also ein bisschen über 10 Cent rund mal ab, also sind es 10 Cent, wenn ich es ins Netz speise. Das heißt, ich habe einen Unterschied von 16 Cent. Und diese 16 Cent, wenn ich die tagsüber mit meiner Photovoltaikanlage produziere und dann ins Netz schicke, bekomme ich 10 Cent. Wenn ich den gleichen Strom am Abend aber wieder nutzen will, weil ich halt heimkomme am Abend und Licht brauche und so weiter, dann zahle ich aber 26 Cent. Das heißt, die Differenz von 16 Cent muss man rechnen. Was hat das Ganze gekostet und wie viel Stromverbrauch haben wir? Wir haben 6500 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr. Das ist jede Menge. Aber man muss sagen, damit heize ich das ganze Haus, damit habe ich warm Wasser und damit tanke ich zwei Autos. Muss man auch sagen. Die sind nicht jedes Mal, ich kann auch in der Arbeit tanken, meine Frau kann in der Arbeit tanken, aber nicht immer. Und dementsprechend stecken wir die eigentlich, sobald wir da sind, Heimer an. Das heißt, bei diesen 6500 Kilowattstunden kommen keine anderen Kosten mehr dazu, wie zum Beispiel Holz, Gas, Pellets, Öl oder Benzin für das Auto kommt auch nicht mehr dazu. Deswegen relativiert sich diese 6500 Kilowattstunden. So, ich habe mir gedacht, ich werde mir jetzt einen Hausakku zulegen und bin jetzt erstmal brutal zufrieden, denn wir haben mittlerweile, also bei so einem Wetter wie wir es jetzt momentan haben, also sonnig und auch mal bewölkt, selbst bei Regen produziert ja meine Photovoltaikanlage nicht viel, aber immerhin ein bisserl, so um die 700 Wattstunden, also 0,7 Kilowattstunden und beziehungsweise 0,7 Kilowatt. Und die haue ich mir dann in den Akku rein und der wird dann eigentlich fast immer voll. Wir haben es probiert. Wir können eine Nacht ungefähr mit 15 Prozent unserer Akkukapazität verbringen. Das heißt, wenn wir in der Früh aufstehen, haben wir 85 Prozent noch drin und dann ladet der selbst bei schlechteren Wetter eigentlich wieder voll. Vorteil, wenn meine Frau heimkommt und ihr Auto anstöpselt, dann nimmt er natürlich auch den Strom vom Akku und das sind, wie gesagt, gute 10 Kilowattstunden und die kriegen wir kostenlos ins Auto rein. Also dadurch senken wir den Verbrauch auch nochmal, beziehungsweise die Kosten nochmal. Das war's eigentlich schon. Ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt es mir per E-Mail. Egal. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über meine Photovoltaikanlage und habe ein Video gemacht über meine Wallbox, die in Symbiose zusammenarbeiten und dementsprechend ist jetzt auch der Akku, der Hausakku mit dabei, der völlig intelligent in das Hausmanagement eingreift, viel intelligenter als der Besitzer selber. Hört, hört. Das war's. Viel Spaß. Wir hören uns wieder. Servus sagt locker. Euer Focker.